Seit Monaten halten sich die Trennungsgerüchte um Jessica Pasca 28 und Aydin Rustig 22 hartnäckig. Im September 2018 hatte die einzige Bachelorette die Liebe zu ihrem Profifußballer öffentlich gemacht. Im Januar waren sich die beiden dann gegenseitig auf Instagram entfolgt und hatten damit für erste Trennungsspekulationen gesorgt. Öffentlich zu einem Liebesaus geäußert hat sich das Paar allerdings bis heute nicht, ob Jessy das mit ihrem neuen Posting nachholt. Aktuell befindet sich die Reality Lady im Urlaub auf Phuket. Allerdings nicht mit Aydin, sondern mit einer Freundin. Auf Instagram postet sie jetzt ein Foto von sich im sexy Bikini und schreibt dazu, Single. Nein, ich bin nur in einer Beziehung mit der Freiheit. Klingt ganz danach, als sei Jessy. Nicht mehr mit dem Sportler liiert, das vermuten zumindest ihre Fans. Voll schade, dass ihr kein Paar mehr seid. Oder oh, habt ihr euch getrennt, mutmaßen die Follower unter dem Beitrag. Schon am vergangenen Valentinstag sorgte Jessica für Liebesausvermutungen. Statt mit dem gebürtigen Australier zeigte sich die Schönheit mit ihrem Papa. Instagram Jessica-Paska Aydin Rustig und Jessica-Paska-Anzeige Instagram Jessica-Paska Model Jessica-Paska-Anzeige Instagram Jessica-Paska Ex-Bachelor Jessica-Paska-Anzeige 2208 Ja, das klingt ganz danach, 357 Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Punkt. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tipps-it-promiflash.